Musik Wir haben heute die Firma Phonak in Pforzheim hier bei uns im Hörstudio und wir haben heute einen Vortrag, den wir gemeinsam gestalten und präsentieren die neuesten Produkte und sind sehr, sehr glücklich darüber, Sie heute so informieren zu dürfen. Mein Name ist Andreas Kluge, ich bin von der Firma Phonak und wir sind heute hier bei Böhm Hörakustik, um gemeinsam mit meinem Kollegen einen kleinen Vortrag zu halten, nicht nur über die Geschichte von Hörgeräten und Hörsystemen, sondern auch darüber, was es heutzutage für technische Möglichkeiten gibt. Also mein Name ist Ulrich Lidi, ich bin Gebietsleiter Südwest von Phonak und ich freue mich heute hier zu sein bei Böhm Hörakustik in Pforzheim und einen unserer wichtigsten Kunden in Pforzheim beim Infotag zu unterstützen und ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit Phonak und zu unseren Produkten zu erzählen. Musik Nach dem sehr spannenden, interessanten Vortrag haben wir jetzt gerade nochmal die Möglichkeit, unsere neuen Phonak Marvel Hörgeräte zu präsentieren. Das sind die ersten Hörgeräte, die nicht nur einfach ein Hörgerät sind, sondern wirklich auch ein multifunktionales Wunder und worauf wir besonders stolz sind, ist nicht nur die Möglichkeit, die Geräte mit dem Akku zu betreiben, sodass ich jeden Tag einfach immer eine perfekte Leistung habe und mir keine Sorgen, um Batterien machen zu müssen, sondern wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, dass ich jedes beliebige Mobiltelefon, Tablet direkt mit den Marvel Hörgeräten koppeln kann und so natürlich nicht nur im Genuss von Telefonieren kommen, sondern auch von meinem Lieblings-Hörbuch, meiner Lieblings-Spotify-Playlist und da stehen wir jetzt gerade Rede und Antwort für alle interessierten Kunden oder die, die es eben noch werden möchten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020